Im Jahr 2013 ist bei mir Typ 1 Diabetes diagnostiziert worden. Ich spritze dreimal am Tag Insulin und ca. 1000 Insulin-Injektionseinheiten aufs Jahr gesehen. Ich wechsle meine Injektionsstellen täglich. Ich beginne montags hier, dienstags hier und gehe im 7-Tage-Rhythmus auf meiner Bauchdecke lang durch, bis ich sonntags wieder an dem Punkt ende und dann geht die Woche wieder von vorn los. Meinen Langzeit-Insulin indiziere ich mir in den Oberschenkel und auch hier wechsle ich täglich von rechts nach links. Der Hauptunterschied zwischen der Diamond-Tip und der Standard-Nadel ist ganz klar die Schmerzreduktion und auch der Widerstand im Pen an sich. Natürlich, während der Injektion, der Daumenwiderstand ist viel geringer. Ich finde das Klick-System super. Einfach klick, rauf, fertig und ich kann es auf jedem Pen verwenden. Ich stecke auf jeden Fall auf die neue Nadel um. Der einzigartige Schliff und die dadurch verbundene Schmerzreduktion für mich als Diabetiker sind allein Grund genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017